Guten Tag, mein Name ist Volkmar Müller und ich bin Onkologe, spezialisiert auf Brustkrebs. In diesem Video stelle ich Ihnen die EMBA4-Studie vor, die sich mit der Sicherheit und Wirksamkeit von Imlunestrand befasst. Am Ende des Videos finden Sie einen QR-Code, der Sie direkt zur Studie führt. Die Studie ist relevant für Betroffene über 18 Jahren mit frühem Brustkrebs, der HEA2-negativ ist und auf Östrogen reagiert, also Hormonrezeptor-positiv ist. Nach der Entfernung des Tumors müssen Teilnehmende bereits zwei bis fünf Jahre lang eine Antihormontherapie beziehungsweise Endokrine-Therapie erhalten haben und ein erhöhtes Risiko aufweisen, dass der Krebs zurückkehrt. In dieser Studie soll der antihormonelle Wirkstoff Imlunestrand mit anderen antihormonellen Therapien verglichen werden. Die Studienärztin beziehungsweise der Studienarzt wählt in der Vergleichsgruppe zwischen Tamoxifen, Anastrozol, Letrozol oder Exemestan. Zur Beurteilung der Wirksamkeit wird als primärer Endpunkt die Zeit bis zum Wiederauftreten der Erkrankung festgelegt, das sogenannte invasive krankheitsfreie Überleben. Als sekundäre Endpunkte dienen das Gesamtüberleben sowie die Zeit bis zur Rückkehr des Krebses in Form entfernt gestreuter Metastasen, das sogenannte fernmetastasenfreie Überleben. Zu den sekundären Endpunkten gehören auch die Ergebnisse einer umfangreichen und detaillierten Umfrage zur Lebensqualität unter der Therapie. Das ist von großer Bedeutung, denn diese Art Medikament wird über viele Jahre hinweg verabreicht. Wer an der Studie teilnehmen möchte, darf bereits eine zielgerichtete Therapie mit CDK4 per 6 oder PARP-Inhibitoren erhalten haben. Wichtig ist, dass ein guter allgemeiner Gesundheitszustand sowie gute Organfunktionen vorliegen. Zu den Ausschlusskriterien gehören Hinweise auf Metastasen, eine Therapiepause von mehr als sechs Monaten sowie eine vorherige endokrine Therapie zur Brustkrebsvorbeugung. Auch vorherige Krebserkrankungen und das Vorliegen von anderen Erkrankungen sind Ausschlusskriterien. Zudem darf keine Schwangerschaft vorliegen oder geplant werden und es darf nicht gestillt werden. Zu den häufig sowohl bei Imlunestrant als auch bei den Vergleichstherapien beobachteten Nebenwirkungen gehören Durchfall, Übelkeit, Müdigkeit und Neutropänie sowie Beschwerden, wie sie mit den Wechseljahren einhergehen. Antihormontherapien werden über lange Zeiträume von bis zu zehn Jahren angewandt. Fulvestrant zum Beispiel, ein anderer erfolgreicher Östrogenblocker, wird intramuskulär injiziert, was bei den langen Zeiträumen belastend sein kann. Ein großer Vorteil von Imlunstrant ist daher seine orale Verabreichung. Der Studienscout. Studien verstehen an Chancen noch mehr Studienwissen erhältst du auf patientstoday.de und unseren Social-Media-Kanälen.